So, ich lese. Das Solinger Tageblatt vom Freitag, den 11. Oktober 2019. Die Tür, die Leben rettet am Tag nach dem Antrag ist das Titelbild. Bitte sehr. Es geht vor allem um den lokalen Teil Solingen, gerade die Nachrichten aus dem Bezirk Höschheit. Da heißt es, immer mehr Menschen sterben einsam. Die Zahl der Verstorbenen steigt, die im Auftrag der Stadtverwaltung bestattet werden, weil es keine Angehörigen gibt. Dann gibt es Kundgebung gegen Antisemitismus. Neue Wohnformen braucht die Stadt. Das Wetter ist meist trocken. Freitag 15 Grad Celsius. Ich hatte den Ahnung, es war kälter. So, war auch bestimmt der Fall. So, dann kommt es, ich will schon mal den Lokalteil rauslegen. Ein Blick auf die Karikatur. Oh, mit Nazikern. Ja, wo die Kohlekaus ist ein Geschiss der Geschichte. Das ist eine relativ bekannte Karikatur, die hier nochmal abgedrückt worden ist. So, im Kommentar auf Seite 2 heißt es, seit Jahren real, die Wüter von Halle und die Folgen. Es ist ein aktueller Kommentar. Klatsche für Macron. Von Rolf Eckers. So, der hat seine Wunschkandidatin für die EU-Kommission, Sylvie Gouloir, hat er nicht durchgesetzt. Darum geht es hier in den Kommentaren. So. Es gibt berechtigte Zweifel an ihrer Integrität. Das muss bei französischen EU-Kommissarinnen und Kommissaren so sein. Ermittlungen wegen Scheinbeschäftigung von Parlamenten. Hallo, schöne Grüße. An zum Beispiel Herrn Chirac oder Herrn Theron. Und Macron hatte deshalb auch schon Ermittlungsverfass. Wo hat er denn nicht dazu? 33 geht es ums Zifferbild. Da würde ich nicht mehr draus eingehen. Seite 4 auch vor allem das. Warum man dann vermute Polizisten zeigen muss, weiß ich auch nicht, finde ich daneben. Johnson und Bratka sind in Brexelösung. Ich gehe auch noch nicht drauf ein. Da geht es um den Syrien-Krieg. Ich kann nichts zu sagen. Star Wars Logo wieder David Ogi Portrait auf Arte. Naja. Peter Antki zusammen mit Olga Tokarschuk. 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 Ähm, den Italien-Turno-Weltpreis. Osi Osborne sagt Europa-Turnier ab. Der sieht ein bisschen anders aus als früher. Das Problem habe ich auch manchmal mit Fotos im Lokalteil. Kann ich vielleicht, glaube ich. Kroni Diapoletto bekommt eine eigene Zeitschrift. Kroni Diapoletto bekommt eine eigene Zeitschrift. Klopp hat keine Lust auf Klopp als Mindest-Trainer. Solinger Sport, VfB Solingen ist es hier um die Ecke. So. 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 so immer mehr menschen sterben einsam die beiden gesichter würde ich eher der fieber staße teilweise einspurig rodung über recht auf abschieben würde da geht es wieder um die städtischen bestattung ist alles nicht aus höchheit so hans werner berte zusammen mit anderen einen aufstand der anständigen sieht anders aus und bern krebs sieht auch anders aus dr ilka werner habe ich wiedererkannt ich verstehe nicht warum die namen bleiben die sichter sich andauernd ändern und gehen kann sich viel viel zu schnell und an der stelle muss man sich auch nicht wundern wenn die ganze stadt vor die wunde geht ich zeige es jetzt in die kamera ich reg so was auch hier es geht um zeichen gegen jugend feindlichkeit und die leute kennen sich in der stadt nicht aus die kennen kein oft können sie nichts ich kenne die beiden wirklich nicht und ich finde es einfach nur unerträglich wenn man andauernd unter dem gleichen namen neue partner unter die nase gehalten bekommt dieser zeitung ist mir bei den diversen ärzte dynastien hier mit gleichen namen vor sich hin deletieren schon aufgefallen juni goldberg sieht auch mal wieder ein bisschen anders aus kann man hat aber nichts mit solen zu tun so unbekannte zerstören scheiben am hohenhof vor allem fahrrad ich bin nicht von betroffen und in hahn war ich auch mit modell c klasse mit solinger kennzeichen so dann neue unkonventionelle wohnformen den stadtplaner doktor torsten bürking habe ich auch schon öfter mit verschiedenen gesichtern hier in der stadt gesehen und es regt mich nur noch auf ich finde es so dermaßen daneben das kann man sich gar nicht mehr vorstellen zum auftrag der wohnbau offensive informieren sich knapp 200 interessenten von philipp müller habe ich gar nichts mit zu tun das spielt sich anscheinend komplett symbolisch ab und am anderen enden der stadt zu tun aber auch eine gute anwendung interessiert mich auch nicht nur streit hat folgen für die elten vor allem ist meines ist es nah am vhs kurs ist schon immer umsatzsteuerpflichtig aber wenn das hier anders schenzen polizeichefin kehrt zurück zu ihren wurzeln und die behinderte hält sich nicht umsonst an dem scheiß auto fest man muss sich einfach nur die wache ansehen und dann weiß man dass dann nur kranke zu hause sind alles was da stattfindet ist gewalt und kidnapping ich habe es erlebt und es ist so dermaßen abartig das kann man sich gar nicht vorstellen ich zeige das scheiß gesicht in die kamera ich sage es direkt solche polizeiwachen und solche menschen braucht keiner das ist sehr widerlich was sich abspielen und ehrlich gesagt hier sieht man auch anders die vollbehinderte umkippt wenn die sich nicht im auto festhält es ist einfach nur widerlich was die abziehen so und damit schließe ich für uns heute mit dieser Zeitung abwart zu gehen ja ja sein